Hallo zusammen, hier ist wieder Emily von meinem Hauptaccount. Wir gehen in die Kampagne der Lehre und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Kampf 1-2-10 schaffen. Hier ist wieder wie beim letzten Mal in der Vorstufe in 1-1-10 auch wieder ein Platz nicht besitzt bei den Gegnern. Mal gucken, ob uns das was bringt. Schauen wir mal. Hm, Königin schon gleich weg. Na, das klingt aber nicht so ganz so günstig. Aber es hat trotzdem geklappt. Yay! Haha! Nice! Sehr schön! Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Päsenens어요! Päsenensänen! Päsenensänen! Vielen Dank.